das sind jetzt die verschiedenen effekte aktuell ist effekt 0 die sind jetzt viel schneller effekt 1 effekt 2 auch die relais steuern mit effekt 3 das sind alles nur die farbänderungen 4 gelb 5 6 ist das reine weiß und 7 rgb und weiß 8 ist noch animation 9 grün 10 blau 12 mit gelb 13 14 15 15 ist jetzt dieser farbwechsel 16 ist da zweite der tat bis länger 17 geht wieder schnell 18 19 20 ist da ein programmierte wechsel zwischen zwei farben 21 22 gelb grün 22 ist jetzt gelb blau da könnte man jetzt zwischen 22 und 23 also das jetzt 23 nachher mit weiß rot dann rot weiß 25 26 ist man mit gelb blau und blau gelb und dann wird alles wieder ausgeschalten und hier sieht man noch die relais die schalten ebenfalls kurz und das ist nachher schon der fertige hardware aufbau für die box